Liebe Freunde der Freiheit, wir sind hier am Breitscheidplatz angekommen in Berlin. Das ist ja einer der drei Startpunkte für den Sternmarsch, wo es ja dann in einer Viertelstunde losgeht zum Sternen, tatsächlich. Insofern ist Sternmarsch auch ganz treffend. Der Breitscheidplatz ist schon ganz gut gefüllt, obwohl eben ja auch noch ein bisschen Zeit ist. Ich hoffe, es werden noch ein paar mehr. Es deutet sich jetzt schon an, dass es ein sehr breites Spektrum an Demonstranten ist, die hier heute für den Frieden nach Berlin gekommen sind. Von links bis rechts scheint alles dabei zu sein. So soll es ja auch sein. Nach getreu dem Motto, wir lassen uns nicht spalten zusammen für den Frieden. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Hier ist die Stimmung auf jeden Fall erst einmal gut. Und ich hoffe, im Stern werden wir dann noch auf zwei weitere große Aufzüge treffen, sodass hier entsprechend viele Menschen heute in Berlin zusammenkommen werden.